In diesem Vorlesungsvideo geht es nun um Konfidenzintervalle. Wir werden uns nun ganz genau ansehen, wie Konfidenzintervalle definiert sind, wie wir sie berechnen können und was genau sie abbilden. Sehen wir uns das also mal an. Zuvor haben wir uns mit den Schwankungsintervallen beschäftigt. Da haben wir gefragt, gegeben der Eigenschaften der Grundgesamtheit, in welchem Bereich wird der Schätzer-Täter-Dach mit einer großen Wahrscheinlichkeit liegen. Jetzt nehmen wir Abstand davon und beschäftigen uns mit den Konfidenzintervallen. Da ändert sich nun die Fragestellung und wir wollen nun wissen, gegeben einer Stichprobe, in welchem Bereich liegt der wahre Wert des Parameters Theta unserer Grundgesamtheit mit einer zuvor definierten großen Wahrscheinlichkeit 1-Alpha. Hier müssen Sie aufpassen, denn dieser Ausdruck mit großer Wahrscheinlichkeit bezieht sich nun auf die Stichproben. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Stichprobe, bei der Theta von unserem Konfidenzintervall abgedeckt wird, die beträgt 1-Alpha. Alpha, das ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu irren, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir mit dem Intervall Theta nicht einschließen, die beträgt Alpha beispielsweise 5%. Und 1-Alpha, das ist die sogenannte Konfidenzwahrscheinlichkeit bzw. Vertrauenswahrscheinlichkeit und das beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Konfidenzintervall den wahren Parameter Theta einschließt. In diesem Beispiel wären das dann 95%. Wie so ein Konfidenzintervall aussieht, das können wir direkt aus den Schwankungsintervallen ableiten. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Wir wissen, ein symmetrisches Schwankungsintervall, das ist so definiert, aber wie kommen wir jetzt vom Schwankungsintervall zum Konfidenzintervall? Für Schwankungsintervall wissen wir, dass unser Schätzer, unser Theta-Dach, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1-Alpha zwischen dem wahren Wert minus d und dem wahren Wert plus diesem Ausdruck d liegt. Jetzt können wir doch in einem ersten Schritt minus Theta-Dach rechnen. In diesem Fall stünde dann hier Theta minus Theta-Dach minus d kleiner gleich, in der Mitte steht nichts, Theta minus Theta-Dach plus d, passt hier gerade noch so hin. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen und Theta subtraieren, dann fällt dieses Theta hier raus, in der Mitte kommt minus Theta hinzu und dann erhalten wir diesen Ausdruck. Wenn wir dann alles mit minus 1 multiplizieren, dann drehen sich die kleiner Gleichzeichen einmal um und werden größer Gleichzeichen und wir erhalten Theta-Dach plus d, das ist dieser Ausdruck, multipliziert mit minus 1, größer gleich Theta, größer gleich minus Theta-Dach plus d mal minus 1, also Theta-Dach minus d. Und zu allerletzt switchen wir einfach die Seiten, schauen uns das praktisch von rechts nach links an, drehen das einmal um und dann erhalten wir diesen Ausdruck und wir sehen, jetzt steht der wahre Parameter in der Mitte und wir nutzen die Werte unserer Schätzer für die Intervallgrenzen. Das bedeutet also, unser symmetrisches Konfidenzintervall, das ergibt sich als KI. Wir interessieren uns hier für den Bereich, in dem der wahre Parameter mit 1 minus Alpha Prozentwahrscheinlichkeit liegen wird. Unsere Untergrenze ist der Punktschätzer minus dem Ausdruck d und die Obergrenze, das ist der Punktschätzer plus diesen speziellen Ausdruck d. Sie sehen also, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Schwankungs- und dem Konfidenzintervall. Wir beleuchten das Ganze einfach von der genau anderen Seite. Beim Schwankungsintervall interessieren wir uns für das Intervall, in dem der Schätzer liegt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha, gegeben unserer tatsächlichen Parameter in der Grundgesamtheit, während wir uns beim Konfidenzintervall dafür interessieren, wo unser tatsächlicher Parameter der Grundgesamtheit mit der Vertrauenswahrscheinlichkeit 1 minus Alpha liegt, gegeben, wir kennen die Stichprobe und wissen, wo der Punktschätzer sich befindet. Setzen wir unser Beispiel vom Video zuvor einmal fort, um auch das Konfidenzintervall besser nachvollziehen zu können. Das sehen wir hier. Erwartungswerte bei großen Stichproben und Varianz ist bekannt. Wir interessieren uns für den Erwartungswert unserer Zufallsvariable Groß X in unserer Grundgesamtheit. Was wir aber bereits kennen, das ist die Varianz von X, die ist nun 100 und wir versuchen jetzt unser µ zu schätzen mithilfe unseres Stichproben Mittelwertes. Mithilfe dieser Formel hatten wir zuvor unser Schwankungsintervall berechnet. SI von µdach für 0,95 in unserem Beispiel, das ergab sich als 172,04, das war unsere Untergrenze und die obere Grenze war 175,96, passt hier gerade noch so hin. Da kannten wir den tatsächlichen Parameter der Grundgesamtheit µ, in diesem Beispiel kennen wir den nun nicht mehr. Wir wissen aber, unsere Stichprobe, die hatte einen Umfang von 100 und unser µdach, unser Stichproben Mittelwert, der betrug 173. So, und wenn wir nun unser symmetrisches 95%-Konfidenzintervall berechnen möchten, dann ist das doch laut der Formel dieses hier, unsere Stichprobe ist groß genug, sodass wir wieder die Normalverteilungsannahme treffen können für unseren Stichproben Mittelwert, das heißt, das ist das µdach, was wir aus der Stichprobe kennen, minus bzw. plus dem 1-alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung multipliziert mit Sigma dividiert durch Wurzel n. Für unser Beispiel heißt es also, das Ganze ist für die Untergrenze 173 minus 1,96 mal 1 und für die Obergrenze 173 plus 1,96 mal 1. Im Ergebnis erhalten wir also für unser symmetrisches 95%-Konfidenzintervall diesen Bereich. Der wahre Erwartungswert der Grundgesamtheit, unser Parameter µ, der liegt also mit 95%-Wahrscheinlichkeit innerhalb des Intervalls von 171,04 und 174,96. Sie sehen, das sind andere Werte als beim Schwankungsintervall, weil wir eben auch was komplett anderes untersuchen. Nochmal zur Veranschaulichung, beim Schwankungsintervall war die Grundgesamtheit und die Eigenschaften der Grundgesamtheit gegeben. Mit diesem Wissen haben wir dann die 95%-Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass der Schätzer in einem bestimmten Bereich liegt. Während wir beim Konfidenzintervall das Ganze andersherum aufgezogen haben, hier hat uns der wahre Parameter der Grundgesamtheit interessiert. Wir kannten aber den Punktschätzer für diesen Parameter und haben um den Punktschätzer herum dieses symmetrische Intervall berechnet. Zuletzt noch eine grafische Veranschaulichung bezüglich des Konfidenzintervalls. Wir haben hier die dichte Funktion von unserem Punktschätzer abgetragen und jeweils das 1-α-Konfidenzintervall für 10 verschiedene Stichproben. Hier sehen wir die erste, hier die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte, die neunte und die zehnte. Das sind die Ergebnisse für unsere 10 Stichproben bezüglich des Konfidenzintervalls. Dieser Strich in der Mitte, der zeigt uns immer unser µ-dach, also unseren Punktschätzer aufgrund unserer Stichprobe, um den wir dieses Intervall legen möchten. Und der linke Pfeil, der zeigt uns immer die Untergrenze dieses Konfidenzintervalls an, der rechte Pfeil, die Obergrenze davon. Hier oben ist immer noch die Grafik von dem Schwankungsintervall abgetragen. Da kannten wir ja den tatsächlichen Parameter der Grundgesamtheit und waren an dem Bereich interessiert, in dem unser Punktschätzer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt. Davon nehmen wir jetzt Abstand, wir gehen den Schritt weiter und schauen für unsere 10 verschiedenen Stichproben, wie sah das denn da aus. Wir haben also jetzt unsere µ-dachs gegeben und wir wollen nun für die verschiedenen Stichproben wissen, liegen wir tatsächlich mit 95% Wahrscheinlichkeit richtig. Und da sehen wir von diesen 10 Stichproben, da passt das eigentlich immer ganz gut, bis auf einmal, nämlich hier. Hier landen wir außerhalb der 95% und das bedeutet also, für jede konkrete Stichprobe liegt die Wahrscheinlichkeit bei Alpha, dass unser Parameter außerhalb des Konfidenzintervalls liegt und hier passiert das jetzt bei diesem Beispiel in diesem einen Fall. Was haben Sie also in diesem Vorlesungsvideo gelernt? Wir haben über Konfidenzintervalle gesprochen und diese auch definiert. Sie wissen, bei Konfidenzintervallen, da fragen wir nun gegeben einer Stichprobe danach, in welchem Bereich der tatsächliche Parameter Theta der Grundgesamtheit mit einer bestimmten großen Wahrscheinlichkeit liegen wird. Wir haben die Formel für unsere Konfidenzintervalle aus der Formel der Schwankungsintervalle abgeleitet. Während wir beim Schwankungsintervall mit den tatsächlichen Parameter, die gegeben waren, unseren Thetas gerechnet haben, davon unseren Ausdruck d subtrahiert bzw. hinzugerechnet haben für die Unter- bzw. Obergrenze, nutzen wir für unser Konfidenzintervall unseren Punktschätzer in der Berechnung. Die Untergrenze des Konfidenzintervalls resultiert damit aus dem Punktschätzer minus unserem Ausdruck und die Obergrenze aus dem Punktschätzer plus unserem speziellen Ausdruck. Wir haben für unser Beispiel, das wir zuvor schon kennengelernt haben, dann auch noch unser Konfidenzintervall berechnet und wir haben gelernt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit Alpha unser tatsächlicher Parameter µ außerhalb des Konfidenzintervalls liegen wird.